König Charles Iii, Kanada seinen Titel Das kanadische Parlament hat den offiziellen Titel von König Charles Iii, 74, als Staatsoberhaupt abgeändert. Fortan wird er nicht mehr den Titel Defender of the Fight, zu Deutsch Verteidiger des Glaubens tragen. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal CBS. Demnach wurde bereits im letzten Monat die Änderung des kanadischen Gesetzes über die königliche Amtsbezeichnung und dessen Titel erwähnt, aber noch nicht konkretisiert. Jetzt wurde die genaue Formulierung bekannt gegeben. Der offizielle Titel lautet Charles Iii. By the grace of good king of Canada and his order realms and territories, head of the common world. In die deutsche Sprache übersetzt, Charles III, von Gottesgnaden König von Kanada und dessen anderen Gebeten und Territorien. Oberhaupt des Common World. Das Gesetz wurde zuvor 1985 angepasst, wonach die damalige Monarchin Queen Elisabeth Iii, 1926 bis 2022, noch den Zusatz Defender of the Fight trug. Zusätzlich war in ihrem kanadischen Name noch Königin des Vereinigten Königreichs enthalten, was ebenfalls nun entfällt. Die Kommunikationsdirektorin des Königlichen Rates des zuständigen Ministers Bill Blair, 1969, sagte zur Gesetzesänderung, da wir uns auf die Krönung des neuen Monarchen vorbereiten. Wurde die Entscheidung getroffen, den Titel zu modernisieren. Man habe die Bezeichnung mit anderen Commonwealth-Ländern wie Australien in Einklang gebracht. Die Bezeichnung Verteidiger des Glaubens ist bereits seit einigen Jahren immer wieder in der Diskussion. Ursprünglich wurde sie im 16. Jahrhundert eingeführt, als dieser Titel offiziell vom damaligen Papst Leo X. 1475 bis 1521, an König Heinrich VIII, 1491 bis 1547, verliehen wurde. In einer Erklärung gegenüber CBS sagte ein Sprecher des Buckingham-Palastes, dass die Entscheidung über den königlichen Titel des Monarchensache der kanadischen Regierung sei. Die königliche Familie sei aus Höflichkeitsgründen über die Änderung vorab informiert worden, berichtet ein Insider außerdem.